Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe neulich mal wieder einfach bei Brickset mal ein bisschen durchgeguckt wegen älteren Sets und da kann man ja auch ganz gut bei Bricklink was gucken. Und da sind mir so ein paar Tiere ins Auge gefallen, bei einigen wusste ich gar nicht, dass es die überhaupt gab. Bei anderen wusste ich es zwar, aber sie sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Und wenn ich so eine Eingebung habe, dann mache ich da meistens ja auch ein Video drüber. Und das wird auch eine Videoreihe, denke ich mal, da werde ich immer in gewissen Abständen fünf Tiere vorstellen. Ich glaube, ich habe mir jetzt fast schon die seltensten Tiere fürs erste Video rausgenommen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und die Idee dieser Videoreihe macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil ich halt, wie gesagt, diese Formteile ziemlich cool finde. Und viele von den Tieren gibt es nicht mehr. Vielleicht kommen die in einer anderen Form dann nochmal irgendwann vor, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und bevor wir jetzt hier zu weit ausschweifen und ausarten, fangen wir auch gleich an. Wir beginnen unsere Safari in der Minifiguren-Serie 5 und zwar mit der Zoowärterin. Und da geht es nicht um die Zoowärterin, sondern um den kleinen Schimpansen, der dabei ist. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooles Vorteil, was wir so bis dato auch nicht mehr hatten. Wir haben natürlich diesen ganz coolen alten Affen damals gehabt, der bei den Piraten etc. dabei war immer. Und diese Friends-Affen oder die Friends-Tiere generell habe ich nicht dazu gezählt. Aber ich finde, wenn man so ein Zoo zum Beispiel bauen möchte, was wir bei Lego glaube ich auch noch nie hatten, was wir wahrscheinlich auch nicht mehr haben werden, wegen irgendwelchen Grundrechtlinien und Tiere im Zoo sind böse und sowas, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Also die Chance ist relativ gering, dass man sowas kommt. Aber diesen Affen finde ich halt ganz cool. Vielleicht kriegen wir ja sowas mal einfach in der Wildnis. Es gibt da ja auch schon wieder Gerüchte. Aber da kommen wir später nochmal zu. Auf jeden Fall ein sehr cooler Affe. Müsst ihr mal gucken, ob ihr den noch günstig mit der Minifigur irgendwie bei Ebay oder so kriegt. Gerade diese Minifiguren, die beliebteren, das ist eine von den beliebteren Minifiguren damals, die sind natürlich immer ein bisschen tollereitern. Und unsere Reise geht weiter in den Orient und zwar zu den Adventurers. Da haben wir zwei Sets, nämlich diesen Palast und diese Elefantenkarawanen. Und da geht es natürlich um das Elefantenformteil. Das sind die einzigen beiden Sets, in denen wir bisher in der regulären Lego-Welt, wie gesagt in der Friends-Welt hatten wir diese blauen und lila und pinken Elefanten. Aber das sind ja keine richtigen Elefanten. Die einzige Lego-Welt, in der wir halt diese Elefantenformteile hatten. Da bin ich auch noch auf der Suche. Ich möchte auf jeden Fall gerne zumindest einen von den Elefanten haben, denn die sind unterschiedlich. In dem Palast ist das ein hellgrauer Elefant und in der Elefantenkarawane ist das ein dunkelgrauer Elefant. Wenn ihr unbedingt ein Elefant haben wollt, also den Palast, den kriegt man so für 100 bis 120, 130 Euro. Und dieses Elefantenkarawanen-Set für 35 bis 45, so in dem Dreh gebraucht natürlich. Wenn ihr den Elefant einzeln kaufen wollt, da habe ich auch mal nachgeguckt, der wird teilweise gebraucht für 30 bis 35 Euro verkauft. Also wenn ihr allein dieses Elefantenkarawane-Set mit den drei Minifiguren, mit den paar Teilen dazu, da seid ihr viel günstiger. Das ist ja das, was ich auch immer bei den Minifiguren sage. Guckt, ob ihr das Set vielleicht einfach kauft, auch wenn ihr nur eine Minifigur oder das Formteil haben wollt. Das ist meistens günstiger, als wenn ihr einfach nur dieses eine spezielle Teil oder diese eine spezielle Minifigur haben wollt. Ich hoffe, wie gesagt, es gibt Gerüchte, dass wir so eine Wildlife-Serie kriegen in nächster Zeit bei Lego. Es gibt aber noch nichts Handfestes. Da sollen neue Elefanten drin sein. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann alles so aussieht. Aber Stand jetzt, also, was sagen wir, März 2021, haben wir keine weiteren Elefanten bekommen und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Und jetzt, meine lieben Freude, wird es ganz wild, denn wir haben in der Paradieser-Serie, die übrigens viel cooler ist, als Friends, wie ich finde. Zwei Sets gehabt, da haben wir ein Pony gehabt. Und die Bilder hier übrigens wurden mir von Jonas Heyer zur Verfügung gestellt, von zusammengebaut. Der Meister der klassischen Reviews, würde ich jetzt mal kackendreist behaupten. Als er mir das geschickt hat, der hat das auch zufällig irgendwie in seinem Laden gefunden. Der hat so einen Laden irgendwie in Leipzig, so einen kleinen Spielwarenladen und da ist er öfters halt. Und da dachte ich, hä, ist das jetzt von einem Fremdhersteller oder was ist das? Da habe ich ihn mal gefragt und er so, nee, das gab es tatsächlich in zwei Sets damals. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, ein Teil, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich kenne die Paradieser-Serie. Ich finde, die ist zum Beispiel auch eine viel bessere Idee gewesen, als die Friends-Serie, weil es ist natürlich schon ein bisschen ein Mädchen angehaucht gewesen. Aber die Sets konnte man super in die City reinpacken. Und es sind die normalen Minifiguren drin, es sind nicht zu viele komische Formteile drin. Das war eine super Idee. Aber wie gesagt, dieses Pony gab es nur in diesen beiden Sets und ist dementsprechend, wenn man das irgendwo mal findet, natürlich auch meistens nicht so günstig. Wie gesagt, ich habe es persönlich so noch nie auf dem Schirm gehabt und ich denke mal, sehr, sehr viele von euch werden das wahrscheinlich auch noch nie gesehen haben. Aber das ist ganz interessant mal. Man kann immer noch was dazulernen, auch wenn ich mich jeden Tag eigentlich mit Lego beschäftige, habe ich da noch nie so wirklich drauf geachtet. Aus der wunderschönen Friends-Paradieser-Welt kommen wir jetzt ins ferne Persien, in die Wüste. Es gab eine ganz, ganz, ganz kleine Themenreihe, Prince of Persia. Ich überlege, ob ich euch die mal vorstelle, aber ich weiß nicht, weil das nur vier oder fünf Sets sind, ob sich das lohnt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben? Da gab es das Straußenrennen und auch dieses Formteil ist mir nie vorher so wirklich aufgefallen. Ein Strauß. Es gab damals in dieser Serie, es sind wie gesagt nur vier oder fünf Sets. Die Sets sind aber relativ cool. Also wie gesagt, vielleicht mache ich da noch mal irgendwie was von. Es ist natürlich eine Lizenz. Dieses Franchise beruht eigentlich auf einem Spiel, was dann als Film umgesetzt wurde. Soweit ich weiß, war der Film nicht wirklich erfolgreich und auch nicht so wirklich spielakkurat. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Da können die Experten von euch mir gerne widersprechen. Der Strauß ist aber extrem cool und ein Formteil, was wir wahrscheinlich nie wieder kriegen werden. Also wenn Lego nicht irgendwann mal ein Zoo rausbringt oder wirklich so eine Wildlife-Serie, aber dann wäre es vielleicht auch eher ein Flamingo, zu dem wir vielleicht in einem anderen Video noch mal kommen. Wie gesagt, es werden hiervon noch mehrere Videos und Tiere kommen. Aber das finde ich extrem cool. Ich finde auch die Optik generell von diesen Sets ganz interessant. Wir kommen nämlich gleich noch zu einem. Das ist dann das Letzte für die heutige Liste. Aber so ein Strauß, das ist echt ein cooles Teil. Und da denkt man wirklich, hat Lego sowas wirklich mal rausgebracht? Ist das jetzt wirklich ein Lego-Teil? Ich finde es super. Und wo wir schon in Persien sind, haben wir noch zwei Sets und zwar Battle of Alamut und das ist das Fight for the Dagger. Dagger ist Dolch, also keine Ahnung. Ich weiß wie gesagt nicht, worum es geht. Uns geht es hier aber um dieses Kamel. Das sind beiden Sets vorhanden. Das heißt, diese Serie hat vier oder fünf Sets gehabt und allein drei Sets lohnt sich nur für die Tiere, wie ich finde. Man muss mal nachgucken, was diese Sets noch so kosten. Es gab auch noch so ein ganz kleines Set. Da ist ein Standardpferd, aber mit einem besonderen Print drauf, was natürlich auch dann exklusiv nur für dieses Set ist. Also ich glaube, ich werde über diese Videoreihe, über diese Themenreihe ein kleines Video mal machen von Prince of Persia und dann gucken wir uns mal die einzelnen Sets an und was man da so machen kann mit. Aber ich finde die Idee einfach cool, auch wir sagen das ja immer wieder, dass wir nichts von Ägypten kriegen, dass wir nichts vom Römischen Reich damals kriegen. Aber so ein Kamel, das bietet sich ja eigentlich an. Es gab dieses Formteil schon. Die haben extra für diese kurze Themenreihe dieses Formteil angefertigt. Ich finde es super. Also alleine für diese Formteile lohnt sich die Sets schon. Man muss natürlich gucken, was die Sets alles kosten. Das ist immer unterschiedlich. Die werden auch nicht so häufig jetzt angeboten. Aber ich finde es super. Also wie gesagt, wir haben jetzt in dieser Themenreihe einen Pony gehabt, einen Affen, einen Elefanten, einen Strauß, einen Kamel. Also das ist überall auf der Welt quasi mal ein besonderes Tier rausgepickt. Und ich habe auch noch ein paar andere, die werde ich jetzt aber noch nicht sagen. Da mache ich dann die Tage oder die Wochen dann mal ein nächstes Video. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wie viele von diesen Tieren oder Sets etc. kanntet ihr schon? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr nicht mindestens drei Tiere kanntet, dann müsst ihr ein Like da lassen. Das ist doch ein guter Deal, oder? Dann machen wir so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Schaltet gerne wieder ein und bis bald.